Das Jahr 2017 findet den Ausklang. Und wir wollen das neue Jahr 2018 begrüßen. Auch wenn das Jahr 2017 für viele nicht den Erwartungen entsprach, sollte man gerade deshalb optimistischer und hoffnungsvoller in das neue Jahr 2018 reingehen. Es ist im Leben immer so. Das Leben ist wie eine Achterbahnfahrt. Es geht immer hoch und runter. Ständig hat der Mensch mit neuen Problemen zu kämpfen. Doch man soll nie die wunderbaren Momente, die wundervollen Zeitpunkte vergessen. Die wir erleben durften und von denen wir zehren dürfen und an die wir uns sehr gern erinnern. Ich möchte mich heute bei allen bedanken. Danke an all meine Freunde und Kunden, die ich in Rat und Tat begleiten durfte. Danke an alle YouTuber, die all meine Videos verfolgt haben und denen ich auch damit weiterhelfen konnte. Danke an jeden Einzelnen, der mir im Jahr 2017 das Vertrauen schenkte. Und danke an jeden Einzelnen, dem ich zur Seite stehen durfte. Meine lieben Freunde, das neue Jahr 2018 beginnt. Es ist das Venusjahr. Also ein Jahr voller Liebe. Gibt es etwas Schöneres? Wir dürfen uns da drauf freuen. Das Jahr der Liebe. Ich persönlich freue mich auf das neue Jahr 2018. Und wir werden auch weiterhin gemeinsam den Weg der Liebe gehen. Ich bin auch im neuen Jahr für euch da. Wie immer. So wollen wir das Feuerwerk bewundern. Es krachen lassen. Und all das Böse und Negative mit dem Feuerwerk zu Asche werden lassen. Wir lassen all das Positive jetzt aus der Asche entstehen. Ein frohes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2018 wünsche ich euch. In Liebe, eure Derea. Das war genau. Dann ist es ein Schöneres. Ich bin auch dein Ding. Dann ist es ein Schöneres. Und das weiß ich Ihnen. Dann ist es ein Schöneres. Das war klar. So und der ist unser Schöneres. Das war klar. Dann ist es ein Schöneres. Also können wir ein Schöneres. Und die ist es ein Schöneres. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020